WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Er ist zu gefährlich. Aber ich habe sie gespürt, das war noch gar nichts. Beim nächsten Mal bist du tot. Nein! Nein! Ich kann meine Taktik anpassen. Du auch? Was ist das für ein Geräusch? So viel zu deiner Luft überlegenheit, Batman. Das ist ein Geräusch. Ich sehe dich. Bereit zu sterben? Ja. Das war's für heute. Dieser Raum wird dein Grab sein. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Die Wärme deiner Fußspuren verhält dich. Du kannst dich nicht verstecken. Ich sehe dich, Batman. Und ich mach dich fertig und finde Nora allein. Der kalte Tod, Batman. Die Wärme deiner Fußspuren verhält dich. Ich sehe dich, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Magneten! Wir helfen dir auch nicht! Verschwinde! Lass mich! Ich kann meine Taktik anpassen! Du auch? Du auch! Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Er ist zu gefährlich. Du gehörst mir. Verstärklich, my best man. Ich finde dich und bringe dich um. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Den Kalten kannst du den nicht verstecken. Das ist meine Welt. Hast du das zu geschmören? Das ist meine Güte. Das ist meine Güte. Das ist meine Güte. Ich sehe, wo du gewesen bist, Batman. Ich habe keine Zeit für Kinderspielchen. Was? Wie? Das ist meine Güte. 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 Das wird dein Grab sein. Das ist meine Güte. Das ist meine Güte. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Wo steckst du? Versteck dich,ino Batman. Nein, ich finde dich und bringe dich um. Wo bist du hin? Freese darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Nein! 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 Ich glaube, dass meine Fehler behebten. Zuhaub! Ich seh deine Fußschuhe. Stecken lässt zählen uns. Das funktioniert keines weiteres Mal, Ben. Jetzt habe ich dich. Ich bin mal mit. Wenn die Frau nicht mit der Kirche verlauert wird, wird der Clown büten. Das ist eine Klauheit. Was? Dieses Geräusch? Wo steckst du? Du hast nicht länger die Luft vorreit. Ich verwandle dein Blut in Eis. Du bist jetzt in meinem Ratsch. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Verschreck dich nur, Batman. Ich finde dich und bringe dich um. Dieser Raum wird dein Grab sein. Soll ich jetzt weniger Kraft machen? Oh nein. Och ich möchte dich das an. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ich sehe, wo du gewesen bist, Batman. Nein! Nein! Damit kriegst du mich nicht noch mal. Jetzt hab ich dich. Ich schäbe dich. Nein! Du willst Magneten gegen mich einsetzen? Das wird nichts. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich kann meine Taktik anpassen. Du auch? Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Deine Verwärmung wird dich verraten. Darf ich das zu geschmühen? Das war noch gar nichts. Beim nächsten Mal bist du tot. Dieser Raum wird dein Grab sein. Dieser Raum wird dein Grab sein. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Du kannst dich nicht ähneln, Batman. Du kannst dich nicht evil verstehen, Batman. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Du gehörst mir. Das geschieht kein zweites Mal. Was? Dieses Geräusch? Verschwinde! Lass mich! Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich hier habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Bitte finde meine Frau. Bitte finde meine Frau. Geh. Bitte zweif dich. Oh. Lass uns das anhören. Oh. Ich spühre jetzt. Jetzt." Das war's für heute. 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 Das war's für heute.